Hallo Leute! In diesem Video geht es um die Geschichte einer verstoßenen Katze, die von einem nur sieben Jahre alten Mädchen adoptiert wird und schon nach kurzer Zeit kaum mehr wiederzuerkennen ist. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Die Heldin dieser Geschichte ist ein kleines siebenjähriges Mädchen aus Istanbul. Sie lehrt uns, dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten abschrecken lassen sollten, sondern in allem Schönheit finden können. Ihr Verhalten zeigt, dass jeder es verdient gesehen zu werden und dass jedes Geschöpf wertvoll ist, so klein und jämmerlich es auch sein mag. Für uns Menschen heißt dies oft, dass wir über unseren eigenen Schatten springen müssen, um den Blick nicht nur auf das Bunte und Schöne zu richten, sondern auch dem Hässlichen und Langweiligen unserer Aufmerksamkeit zu widmen. Denn oft verbirgt sich dahinter eine Schönheit, die man erst auf den zweiten Blick erkennt. Dies ist auch bei diesem kleinen Kätzchen der Fall, was so entstellt, schmutzig und mager in den Straßen Istanbuls herumlief, dass keiner es anblickte, geschweige denn sich traute es anzufassen. Für die Menschen war das Kätzchen eine grausige Abscheulichkeit, der sie keinen einzigen Blick gönnten. Ihre Besitzer hatten sie wohl aufgrund ihres Aussehens ausgesetzt und mit jedem Tag auf der Straße verschlimmert sich der Zustand des kleinen Kätzchens. Kaum mehr einer wollte es überhaupt wahrnehmen. So entstellt, wie es aussah, gingen die meisten einfach an ihm vorbei, ohne es auch nur eines Blickes zu würdigen. Doch nicht so dieses kleine Mädchen, welches das kleine Kätzchen neben einer Müllkippe entdeckt. Beim Anblick der kleinen, deformierten, hilflosen Gestalt schmilzt das Herz des Mädchens dahin und sie entscheidet sich, es kurzerhand bei sich aufzunehmen. Dem Mädchen war das Aussehen des Kätzchens egal, alles was es wollte, bei ihm zu helfen. Zu Hause angekommen, überredet sie ihren Vater, das Kätzchen behalten zu dürfen und ihr bei der Pflege der kleinen Kreatur zu helfen. Ihr Vater stimmte zu und gemeinsam begannen sie das Kätzchen mit Hilfe von Tierärzten wieder aufzupäppeln. Mit Medikamenten, Spritzen und Operationen schaffen sie es schließlich, das kleine Kätzchen wieder herzurichten und ihm ein neues Leben zu schenken. Nach wenigen Wochen schon war das Kätzchen kaum mehr wiederzuerkennen. Ihre neue Adoptivmutter gab ihr schließlich auch ihren Namen, Gülümser, was so viel bedeutet wie die Lächelnde. Seitdem das Mädchen das kleine Kätzchen von der Müllkippe gerettet hat, sind die zwei unzertrennliche Freunde geworden. Das kleine Mädchen hat dem Kätzchen ein neues Leben voller Wärme und Liebe geschenkt und uns einmal mehr gezeigt, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Liebe kennt keine Grenzen und lässt sich nicht von bloßen Äußerlichkeiten abschrecken, dafür ist diese Geschichte der beste Beweis. Wir alle sollten uns in Zukunft auch ein Beispiel an dem Mädchen nehmen, genauer hinschauen und nicht nach dem Äußeren urteilen. Wenn wir das alle tun würden, dann wäre diese Welt wohl eine bessere und Kätzchen wie Gülümser müssten nicht lange warten, bis sie aus ihrer Hilflosigkeit befreit werden. Denn jeder hat ein Recht gesehen zu werden und Hilfe zu empfangen. Wie hättest du reagiert? Hättest du versucht dem Kätzchen ein besseres Leben zu verschaffen? Schreib's mich jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.